hallo ihr lieben wir sind wieder heute unterwegs diesmal ich und betty hallo aber gefahren nur von hier zu ab wir treffen jemanden noch in hamburg und da sagen wir bis dann ciao hallo ihr lieben wir sind jetzt hier bei karls erlebnisdorf mit dabei ist albero und seine schwester die karen also heute sind wir wieder mit zwei sprachen und spanish und deutsch betty ist natürlich auch dabei was wir heute leben werdet ihr dann seht bis dahin wenn wir drin sind guck dir mal die kaffeekannen an hier kopf ist ein Was ist das? Was ist das? Was ist das? Bwong, Bwong 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 Ne, muss ich zahlen. Alles aus Erdbeeren. Ja, ja, Moment. Daran denkt ihr auf. Jetzt guckt euch erst mal um. Jetzt sind wir erst richtig drin, hier in dem Abenteuerspielbereich von Karls. Mal sehen, was die hier haben. Alles haben, jetzt neu haben oder nicht neu haben. Jedenfalls waren Betty und Albero Plus noch nie hier gewesen. Die werden es in aller Ruhe genießen. Achterbahn. Erdbeerachterbahn. Erdbeer. Kannst du mitfahren. Habt ihr alles. Alles drin. Ja. Nur hier das Band zeigen. Ja, ihr habt das Band. Alles inklusiv. Könnt ihr alles fahren. Das kennst du auch, oder? Was? Das hier. Was ist das? Da kannst du dich überschlagen mit. Ach so, lieber nicht. Nein, du kannst dich selber überschlagen. Selber, man muss aber nicht. Ach so. Ach so, ja. Das geht dann hinterher so. Wie im Hansa-Park. Ja, 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 ja. Lasst euch Zeit. Wir haben den ganzen Tag Zeit hier. Maja. Maja. Zwei Runden fährt sie. Ja. 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 Hier jetzt eben, die Dinger legen, kann sich drehen. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Die Eiswelt, da wollen wir auch rein. Mal sehen, wie die ist. Aber jetzt kommen erst mal die zwei da raus. Mal sehen, was sie da drin noch zu suchen haben. Ach, kommen sie raus. Da sind sie. Ich will Fotos. Wo? Fotos. Und wie habt ihr gefallen? Ja, zwei nicht. Foto kriegen wir gleich. Ist teuer? Machen wir gleich. Ich weiß nicht, wie teuer es ist. Hat es euch gefallen, die Fahrt? Ah gut, sehr gut. Karin. Super, super. Kurz, aber schön, ne? Schön. Ja, ich bin immer der Gute dafür. Dein ist ne Rutsche. Betty springt. Betty? Nein. Kaputt. Nein, nicht. Auwe? Auwe. Auwe? Auwe, auwe. Nee, nicht auwe. Auwe, der Platz da. Uwe. Bomme. Ich nicht bomme machen. Du bomme machen. Da, guck mal, es gibt so eine Traktorfahrt. Hier, Autofahren. Traktore. Die fahren hier vorbei. Da fahren sie, guck mal. Könnt ihr auch fahren. Ihr könnt alles nutzen. Alles. Gänse. Hier, hier, hoch. Mit der Hände, die fanden sich einmal ganz schnuckig. Aber da war dann der Hände, der will. Hier haben wir in der Solle aus. Fadich, Alter. Aber nicht fach, das ist. Wir haben hier noch eine Hände, oder? Könnt ihr sogar zu zweit lenken. Zwei Lenkräder. Und die Gitaro ist ganz schön groß. Ia, Ia, ho. Bis jetzt sind wir nicht da dann doch die Gitaran und die Schein, doch. Oh, der Heimat ist am Salten. Ia, Ia, ho. Jetzt gehen Karel und Albero Hier auf dem fliegenden Kuhstall Mal sehen, wie es ihnen gefällt, wenn die rauskommen Die müssen noch warten, bis die anderen draußen sind Und wenn die draußen sind, gehen die rein Ich werde heute wahrscheinlich nichts groß fahren Das sollte für die sein, heute der Tag Also werde ich mich ein bisschen zurückhalten Und Albero ist schon drin Und auch Karel ist schon drin Albero Albero Hallo Mama 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hahahaha Hahaha Na, ho, 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 ho Papa 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 Ha, ha, ha Ja, wiederholen Sie nur um hierzu Nicht nur Hahaha Hahaha Also Das war's. Oh, das ist die Anfahrt, das ist der Sert-Eist-Eist-Eist-Eist-Eist-Eist. Du musst Geld reinwerfen? Dann ja, dann geht's. Kein Geld. Du hast hier 15 Euro da. Nein, das ist Geld. Du musst drinnen wechseln. Du musst drinnen an der Kasse gehen und wechseln. Drinnen an der Kasse. Ja, komm mit, komm mit. Ja, dann, du musst ihr zahosen. Da ist ja nehmt. Das Rögt hat. Ein Boot. Auf die Punkte, auf die roten Ziele. Auf die Ziele zu zielen, auf die roten. Nicht gut. Zu Ende. Nicht gut. Ich würde es ja nicht normal machen. Albero und die Karel in der Eiswelt. Wie soll ich jetzt 10 Grad Minus sein? Nein. Weil es ja mehr Eingang als Ausgang. In der Eiswelt. Das sind normale Bäume. Oh, einer kniet vor dir. Oh, einer kniet vor dir. Oh, einer kniet. Oh, einer kniet. Oh, einer kniet. Wir sind nicht gut. Die läuft die ganze Zeit. Der Schwetterling sieht schön aus. Butterfleisch. Hänsel und Kretel. Hänsel und Kretel. Bitte nicht besteigen, betreten auch so. Jetzt kommt ein bisschen Farbe ins Spiel. Das ist gut. Das ist gut. Däumeli Wahnsinn Rumpelstil Rumpelstil Machen Sie weitere dort Frida Kahlo Frida Kahlo Frida Kahlo Frida Kahlo Echse Baba Jaga Frida Kahlo Schau an der Rutsche Ja rutsch mal Hallo So, rutschen, rutschen. Nein, hier, guck mal da. Kannst hier rutschen. Los. Sicher? Ja. Könnt rutschen. Wollt ihr nicht? Ja, dann geh. Bitte rum. Nein, ich gehe nicht. Oh, meine Hände. Oh, mein Stoffer. Juna, hinter dir. No, du nicht. Kinder. Kinder. Für Kinder. Kinder. Ich höre, da ist Klaut. Da ist Klaut, ah. Oh, Mama. Die Schöne und das Biest. Die Schöne und das Biest. Schneewittchen. Schneewittchen. Die Schöne und die Schöne und die Schöne und die Schöne und die Schöne. Die Schöne und die Schöne und die Schöne. Sag mir jetzt nicht, dass du noch die Mutter bist von ihm. Schlimm. Von wem hat er das? Nein, das ist irgendwie von der Gitarre. Ist auch nicht schlecht. Ja. Können wir gehen oder nicht? Das ist auch nicht schlecht. Ich sag, du schau. Ich hätte gesagt, viele Dokumente raus. Achso. Nein, mit zwei. Okay, vielen Dank. Also mindestens mit 200 Euro seid ihr dabei. Mann. Jetzt müssen wir auch noch aufgehen. Jetzt müssen wir auch noch aufgehen. Jetzt müssen wir auch noch aufgehen. Albero. Rutschen. Hier, kannst du rutschen. Da kannst du rutschen, kannst du oben hochlaufen und runterrutschen. Los, rutsch! Anziehen und rutschen. Anziehen und rutschen. Los, rutschen. Rutschen und rutschen. Muss er ein blaues Ding mitnehmen? Ne, das blaue Ding muss er mitnehmen. Albero! Miriam! Also. Elsa! Elsa! Miriam, komm mal da! Hier! 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 Wir gucken mal da. bands kalt kalt Ich habe einen Schuss, der ich nicht mehr so mache. Ich habe einen Schuss, der ich nicht mehr so mache. So, wir sind jetzt hier. In der Achterbahn ist Video, jawoll! Und jetzt geht's los! So gut, ich kann's auch machen. So gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Jetzt geht's mal hier hoch. So gut, ich weiß nicht, ich weiß nicht. So gut, ich weiß nicht, 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 Ich bin so schön, naja toll. So, das waren meine 1.556. Fahrt mit der Achterbahn. Mal sehen, was noch auf mich zukommt. Okay, bis dann. Betti wartet schon auf uns und dann werden wir mal sehen, wie das mit dem Fazit ist für heute. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier am Anfang wieder, wo wir angekommen sind. So Betti, sag mal zu dir, wie fandst du das? Äh, gut. Es war interessant. Albero, was hat es dir auch gefallen hier? Super. Und dein Schwesterchen Karin? Gut oder nicht? Gut. Sehr gut. Okay, gut. Dann können wir jetzt hier rausgehen. Wir sehen uns später im nächsten Video von den Kurterbahn. Ciao. Ciao, tschu, tschu, tschu. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020